willkommen mein name ist dann über die und ich begrüße euch zurück zur let's play das ist ja in der letzten folge haben wir den elefanten erledigt in denen sich die leute logischen sorgen gemacht haben und dann haben wir das witzig hier die das dorf horsa gefunden wo wir gegen so eine gorgonen gekämpft haben alle erfahrten bekommen jahre gleich nach kurs gehen hätte ich vielleicht machen soll und hier ist ein iris stein natürlich den wir noch nicht aufrufen haben jetzt einfach zu lang gewesen wäre also grüner iris stein die einander bittigerei antrag schneiden stürzt über die generale in seiner familie kommt einer nach den anderen auf grausame weise um es ist beinahe wie ein fluch ist das helldalf Was ist... als könnte... Wir haben... ... unliegt sie... ... unliegt sie... ... und soweit... ... die Familie... ... vielleicht. ... und alle... ... ich wusste es! Ich hab sowas von gewusst! sie so voraussehbar irgendwie da ist schon wieder sie weiß irgendetwas und erzählt niemanden das kotzt mich so an ich hab's gewusst ich sollte keine japanischen rollenspieler spielen ich tue so viele sachen voraussehen das war so was von hell als oder wir sollen jetzt irgendwie nach überleben ausschalten aber mir sieht es irgendwie nicht so aus als wären hier irgendwo überlebende habe ich ja schon so fürchtlich umgeschaut sondern unsere quest sachen haben sich hier ein bisschen verringert habe ich gemerkt also ja das letzte mal nicht nachguckt viele wir damals hatten also jetzt nicht ob jetzt einige weggefallen sind oder dort schon immer so wenig waren wir können diesen titel nicht so zurücklassen ok doch das war da einer mei entdeckten können wir noch gar nicht machen einer ist mal mit etna und ja was können wir denn sonst noch machen wir können versuchen einige bosse zu erledigen da muss jetzt nicht mehr die hier kann man doch nicht nachguckt so in der umgebung aber wir müssen zu lange dauern immer von der kamelotbrücke aus den speicherpunkt und teleportieren uns nach logerin oder so bei los hat er irgendwie im letzten tag hat irgendwie so gesagt dass wir uns im gasthaus ausruhen sollen also sind wir nur so gemeint war oder jetzt wir jetzt wirklich übernachten sollen ich mache und einfach mal weil die sk schon wieder sa schon wieder unten sind viel zu viel test gespielt ich krieg es gar nicht mehr aus meinem kopf ich muss jetzt mal es kann sagen anstatt sa fortschritt und techniken nachdem du durch tausende kämpfe stärker worden ist kannst du das gefühl haben dass ich gewöhnliche heilungsarzt nie völlig heilen werden es gibt jedoch viele wege um heilung im kampf zu optimieren wer ist als fett und amortisierung lernen amortisierung voll zu nutzen waren jetzt nicht irgendwie tipps finde ich jetzt ja heilung stark zu machen da gibt es halt so wege und so weiß schon da können wir den händlern jetzt irgendwie sagen ja der elefant der ist tot es war ein missgeschick und mich trifft die volle schuld ich wollte eigentlich machen weil es mir peinlich da gehen wir von der kammer drücke aus irgendwo hin und dann versuchen wir ab jetzt verfolgt der mich schon wieder ne verrächt ich versuche mal ab level 60 so einige posten wieder weil weiß ich nicht die meisten waren sollen wir 57 oder so glaube ich deswegen weil sie nicht versuchen war ab level 60 ganz gegner ja ich bin auch schon wieder ein viertel ungefähr da gehen wir mal log rennen log rennen aha aha vielleicht kann ich heute im turm rein jetzt wo ich den ja als dinge hat als herrscheis landes ja ich mal sagen wir machen damit das so weiter weil hier gibt es irgendwie nichts mehr auch sehen auf der karte ja immer der kinder aber dann noch ausgleichen ist denke ich meine zeit noch nicht weiter gemacht wird und gehen um nach den rechten zu schauen okay ist dann auch irgendwann zu erledigen anscheinend ja hier preise etwas geht aber auch lange nicht glücklich sollte mich auf die von der idee verabschieden meine freute hier aufzufüllen was geht trotzdem ist das entwürdigen ein stolz daraufhin zu einem elefanten alien bitte sagt mir dass zumindest meine nase ein bisschen nach einem drachen ausgesehen hatten ja wenn schon helium werden dann zum geilen drachen wer irgendwie so weit ist ja stimmt irgendwie die preise sind runter aber noch immer nicht genug anscheinend gibt aber zu erledigen ein entgelegen und auch für diesen kann man nicht viel gegen die preise unternehmen die situation wäre ganz anders verloren etwas wertvolles hätte das an den rest des landes verkaufen könnte also jetzt hier ein auf links machen ich euch eine bronze statue bauen oder so für touristen ja angerannt kommen oder was kann ich jetzt da rein vielleicht noch vorlogen ja ein paar leute ansprechen also wirst du jetzt auch nicht das können wir ja nichts machen der deutschen herrsche ist landes da ist noch was also ein bisschen bosheit hier weg weg weil das sieht doch viel schöner aus niemand mehr da mit mir reden will aber wenn wir anderen nach einer geschäften zu müssen aber da hatte bewachung geht einfach schon ein stichwort nämlich an ja mal raus zu diesen typen und jetzt auch nur ein typ merkt gerade sagen ganz schön empfanden gehen wir ja auch unter dem karawanen angreift nicht mehr ag keine ahnung ich nehme nicht an dass ich irgendwas machen kann wer ist noch mal hier kurz übernachten vielleicht habe ich jetzt irgendwann getriggert vielleicht kann ich auch nichts machen vielleicht ist irgendwie die letzte person mit der ich reden muss im turm und ich kann nicht sprechen mit der weil ich nicht in den turm rein kann oder so oder vielleicht nach dem gasthaus hier frittiert das kopium meine gibt es sehr teuer und vielleicht kommt ja jetzt irgendwas aber anscheinend nicht war dann gehen wir zur glifert senke wenn wir nichts weiter zu tun gibt denn mit den kindern kann man noch nicht machen da kamelot brücke gab es auch nichts zu erledigen sind ein typen haben wir auch gefunden sind abenteurer die werden sowieso noch verschoben dann gehen wir zur glifert senke eben logren nach der bosheit ja 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 Ich bin kein Problem mehr weggegangen. Aber ich glaube, dass die Begründer sind. Es ist nicht so schlecht. Ja... Wenn ich mich wieder zurückgehebe, kann ich nicht alles lösen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht so will, Das ist schwierig. Es ist ein Problem für die Menschen, dass ich nicht so will, dass ich nicht so will, dass ich mich nicht so will. Es ist nicht so will, dass ich mich nicht so will. Ja. aber die händler schaffende kann ich mal gut dann zur gläufe senke obwohl ich kann da nicht hin machen wir einfach weiter ich war verpasst dann also meine schuld gläufe senke ja gute frage wirst die nummer ja aber kann ich mich hinpacken mal mit von malen kann man aufsteigen bald 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 sonst gab es auch nichts mehr zu erledigen oder ich lege gerade schon wieder sollen da haben sie gab es da irgendwas diese dieses geht aber was ich halt ein paar sachen war egal wenn wir jetzt hier mit sich ja einige sagt davon kann man auch später noch machen erst mal machen wir weiter gute frage habe ich jetzt gespeichert letztens hat vor der aufnahme 51 da kann sein egal speichern da habe ich gespeichert nachdem ich die aufnahme begonnen habe aber kann ja nichts passieren ich will übrigens nicht wissen ob diese person live war ich bin nach da bin ich richtig okay da wird der theorie aufgestellt hat hell ist aber ich will es natürlich nicht wissen ja das ist hell oder nein das ist ja nicht ich tue nur meine gedanken äußern der da muss jetzt nicht alles beantwortet werden ich muss mich ein kreppchen davon haben muss man an der anderen seite dahin rennen ja gut gehen wir eben von der anderen seite ein erst mal grau ist mir doch vollkommen schuppe der geschläge zeug und so gut frage wie ist der wald noch mal da wenn ich auch da kommen können oder jünger können soll noch nach den kindern noch mal sehen aber hat würde passieren wenn ich den wohl erlegen könnte also hier scheint auch für den sichtlich nicht zu sein weil jetzt keine domäne 1 und 2 zusammengezählt bett tata aber was ist hier los ich glaube ich immer noch alle nicht ich habe ich habe ich habe ich habe es ich habe es Will, Toru! Toru! Das war gut. Arbeit? Ja, eigentlich... Toru. Oh, das ist gut. Das ist hier. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, was gonna ask was I? Roland's Herrschwein. Sieg hat eine Arbeit. Was ist? Herrschwein ist ein Kind? Ja. Das hat mich auch interessiert. Der Herrschwein hat einen Schwenkabschieden. Sieg hat einen Schwenkabschieden. Sieg hat einen Schwenkabschieden. Sieg hat einen Schwenks acompanhation. Ich verstehe, ob sie nicht. Sieg hat einen Schwenkabschieden. Ich denke, dass er, nicht so lange passiert. Sieg hat eine Kugelung hierhin zu tun. Und dann ging er, dass er die Kugelung mit seinen Schwenkabschieden ist. Sieg hat sieg ein Gericht. Aber sieg hat sich nicht. Das ist aber so lange passiert. St Sieg das? Sieg mit der Seine Sperren und Gehäumi? Sieg nicht. Ich muss doch sagen, dass ihr Wени errado. Äh, ich glaub, ich seh wohin das führert. Das war's jubi. Herr, ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Aber ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Aber ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Nein, aber ich muss mich darauf achten, dass ich ihn nicht verletzen kann. Das war's für mich. Ja. Ja. Also sind wir jetzt nur zur Gläfertsenke gekommen, um von irgendeiner anderen Sache abgelenkt zu werden. Oh, jetzt ist das Ding weg, ne? Oh. Hm, wahrscheinlich habe ich jetzt hier doch was verpasst. Hm, was soll's? Was hat passiert? Wer interessiert es? Mich! Mit dem nächsten Spiel ich darauf vertagt. Ja, meine Güte. Ja, und er steht davor. Okay. Ich bin hier schon auf der Karte. Also sind wir nicht hingegangen, um Helldalf zu erledigen? Dann kommen wir einfach die Sperre nachfiehen und sagen, ja, da gibt es noch was. Okay. Also sind wir vollkommen umsonst eigentlich da hingegangen, ne? Na, ähm... Vendraro, Vendraro, Vendraro. Na gut. Hm, okay. Dann sind wir nicht schon wieder irgendwie gut da? Da kann ich auch nicht hin? Toll, wo war'n jetzt am nächsten? Das ist halt Jagdrevier, glaube ich, war... ... halbwegs nah. Ja, geht schon. Das ist mein ganzes Weg da im Rennen. Ich dachte, wir sind schon ganz dicke da im Pendraro wieder. Ja, wir müssen uns da rein schleichen, oder so. Bah. Man scheinend, oh Gott, direkt. Also, das ist doch nicht so einfach. So, hier gibt's noch irgendwie, glaube ich, Entdeckungen, die muss ich mal suchen. Ich hab' die durchgehend hier, das ist auch noch herstellen. Also, ich finde, Vendraro sieht irgendwie am besten aus von allen Städten. Obwohl, da haben sie jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Ja, hat sie auf meinem Fernseher auch so komisch aus. Wer ich dagegen machen soll, weiß ich nicht. Ja, wir, so, wenn man sich die Burgmauer so anguckt, oder hier, guck mal auf den Turm, irgendwie jetzt sieht irgendwie so ründlich aus. Die Mauern. Sieh mir mein Fernseher auch so aus. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, wenn ich so aussehen muss. Also, muss nicht, aber einfach tot. Weil wir jetzt haben, mein Fernseher liegt. Ich weiß nicht, wie ich da beheben soll, oder was ich damit gegen machen kann, oder was weiß ich. So, warte mal, ja. Was ist das Dingens? Macht denn der schon wieder? Ja, hat er wieder seine Musik mitgebracht? Das ist mal ne andere Musik. Oh, Lenny. Ich weiß nicht, wie ich es abgelehnt. Ach, ich weiß nicht, dass ich immer noch die Siegte. Die Spieler haben den Langsatz dazu gemacht. Die的人 sind noch zwei. Aber diese Seite macht ihr, um zu einem Punkt, weil sie das wichtig ist. Komm, komm, ich hör mir nicht? Mikuho, ich bin der Mannschaft ist sehr nachvolle. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht! das war wieder seine musik du schaffst es immer so am ende des partys aufzutauchen kann hat sein sondern sagen das letzte mal nicht einmal seine ganze kraft angesetzt hat dann sollten wir jetzt dieses mal auf keinen fall zurück hatten wir müssen alles geben was wir haben dass er andere für die immer resistenz aber vergesst nicht und stehen verschiedenste techniken zur führung ist meine bachbar strategie zusammenstellen ein bisschen stärker dieses mal kann ich ihn nicht wegzuhören alter roos wie macht er das macht er uns immer so viel schaden er hat noch zwei schüsse anscheinend nein ich wollte meinen dings einsetzen er habe ich gemacht ich bin einfach zu stark doch durch die action an er ist eine lachnummer dieses mal er ist eine lachnummer dieses mal her ja ja Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gemacht habe. Ich bin mir verletzt. Wenn ich ihn nicht zu retten, wenn ich ihn nicht zu retten, wenn ich ihn nicht zu retten, dann wird ihn nicht zu retten. Wenn ich ihn nicht zu retten, dann werde ich es nicht zu retten. Ich habe es. Ich werde das letzte Mal geben. Ich werde das Wort wieder zurück. Warum ist das so? Okay, Siegfried erhalten. Ich habe die Waffe. Okay. Hey, wow. Ja, nehmen wir mal das hier, aber es gibt uns schön Angriffskraft hoch. Ja, er hat irgendwie schon die am meisten hochgestuftesten gedacht. Hey. Von der Hosen kommen mir so bekannt vor. So hat Farbmuster ist irgendwie das gleiche wie von Dingens. Von Jude. Aus Cillia. Oder Excellia, entschuldigen. Ist aber jetzt Geschenk. Ja. 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 Ja.